Okay, Sternenkarte. Nice. Merkur? Oh! Alles klar. Ich bin irgendwie hier auf dem Merkur, so wie es aussieht. Oder komme ich hier irgendwo hin? Ah ja, ja. Alles klar. Ich bin auf dem Merkur. Komm ich jetzt hier irgendwo hin? Oder wie sieht's aus? Aquest aktiv. Worst price. Preis. Bäh. Schiffsfunk reaktivieren. Mission anbrechen, tut mir leid. Eigentlich möchte ich die Quest jetzt noch nicht machen. Mal gucken, was da noch Sache ist. Alarmierung. Mosbasar. Jagd nach Ayatenschutz. Nö. Äh, Invasion, Baustatus. Ah ja. Syndikat. Eutrisse. Einsätze. Ähm, ja. Invasion. Mensen. Du willst. Ah, okay. Okay, Quest. Schiffsfunk auf der Erde reaktivieren. Jetzt bin ich gespannt. Was ist jetzt passiert? The segment you need is in a nearby data vault. Infiltrate the vault and retrieve the segment. The Asteris is working. Breaking through. I see. The shadows of your mind. Ah ja, okay. Nächste Mission also. Ich finde das war cool. Das ist so. Das ist ein Leuchteffekt. Ich würde sagen. This data vault is equipped with a variety of security measures. How you defeat those measures is up to you. Söndlich trischt so. Was ist das denn? Okay. Also ich habe ja einfach nur in so einem Gebiet. Ja, den hätte ich auch einfach so umlieben können. Aber ist ja egal. Ach guck mal. Das ist so ein Ding. Was ist das? Was macht das? Man kann es nicht kaputt machen. Was kann man damit tun? Ah doch. Man kann es. Hä? Ich raff es nicht. Ich verstehe irgendwie nicht, was man damit machen soll. Bei all diesen komischen Zapfen. Was machen die? Ja. Toll. Ist doch irgendwie. Das ist ja egal. Okay, alles klar. Jetzt sehe ich wenigstens was hier. Ah ja. Tschüss. Bist du. Pistel Munition ist voll. X-Spintöffnung. Hoppla. 100 Erfahrungen. Hier vorne war doch noch so eine Kiste. Genau. Schruppen wir nicht schon voll. Toll. Echt super. Mach'n ach'. Spinnend. Oh Gott. die sowas muss ich eigentlich generatoren alles klar kann ich nicht öffnen ok, ab gehts ich finde das war witzig mit dem rutschen kann ich hier weg nein, natürlich werde ich nicht von der strömung mitgerissen ist ja komplett logisch ich bin unbesiegbar, ich kann nicht von strömung mitgerissen werden aber dass die einen nicht sehen ist irgendwie unklar ich map irgendwie ich map irgendwie ah, cool ich muss hier hinten das ist wie so ein riesiges dungeon game hab ich das Gefühl ich spiel ich spiel endlich finde ich lustig ich bin ein agent alles klar gitter oh oh nein ich wollte nicht hier runter ich wollte hier hoch ich meinte es fein hier ich soll keine feinde alarmieren alles klar was kann ich hier machen aufzufangen ah, ich kann also einmal hier lang wenn hier nur einer ist, dann passt es wie kann das ja ok hacken ist hier irgendwer drin ich wollte ja noch schnell die Spinde öffnen ich weiß auch was passiert ah, was was ist das dunkle Energie oder wie wie aufsammeln kann ich es nicht so ja nice so hacken aber man kann beim hacken anscheinend auch nichts falsch machen oh was ist das denn krass krass einfach nur krass krass einfach nur krass einfach nur krass einfach nur so ein game ist aber nichts dafür bezahlen muss krass krass Natürlich mit M-Aktivierung. U-B, du? Was ist das denn? Okay, ich muss hier lang. Das muss ich töten. Die Daten abgerufen, ich muss jetzt wieder nach Hause kommen, oder wie? Da ist leicht Wasser runter. Und dieses Spiel ist auf jeden Fall eines der schnelleren Spiele. Es ist nicht gerade sehr langsam. Kann man sehen. So, ähm, ja. Kann ich den M-Fits wieder eigentlich nutzen? Ja, ich kann den M-Up benutzen. Der kostet mich 25 Energiepunkte, oder was auch immer das sein soll. Ich nehme an, ich nenne es einfach jetzt, ich habe sofort Energiebote. Das ist wieder so ein komisches... Was ist das? Das geht halt auch nicht kaputt. Was ist das für ein Zeug? Na, ich bin wieder aufzuschreiben. Nein. Schade, ich wollte ja eigentlich durchkommen, dass es jemand mitbekommt. Irgendwie zumindest. Egal. Okay. Ich probiere einfach mal die kleine Mini-Kaffe aus. Das war auch gar nicht so schlecht. Das war einiges genauer. Das ist mir eine Antioch-Kaffe. Das ist mir eine Antioch-Kaffe. Ja, gut. Äh, weiter geht's. Ich hoffe, ich kriege den Bisschen nur noch durch irgendwie. Ich finde die Grafik immer noch mal irgendwie krass. Das rutscht eigentlich nicht so. So. Ach, ist so ein Aquac-Krech-Berend. Ach so reiß ich mit dem Schiff an. Ah ja, okay, alles klar. Das erklärt, das von vorhin. Okay, was habe ich jetzt hier freigeschaltet? Eine Eingekernwaffe. Gewehr. Bisschenstich. Bisschenstich. Ah, okay, das ist klar. Credits. Ja, okay. Orbiter Voidcloak engaging. Welcome back, Operator. The Operator has recovered a segment. Install it now. Orders patiently awaits its installation. Das segment nicht. Get communications online. I must analyze what Vors Ascaris is doing to your Warframe. This technology is beyond the Grineer. Ah, geil. It must be Corpus in Origin. Yay, ich hab jetzt die Marktwiker geschlossen. I suppose this will do. Orders is grateful. The Operator is now connected with other Tenno in the system. The Operator may now contact all black market scumbags. Contact arms dealers. Excellent idea, Ordus. Tenno, we need to make contact with a Corpus Defector sympathetic to the Tenno cause. They will, of course, require compensation. You see what Ordus is referring to, Operator? So, what can I do now? In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer Gulag. Darf ich jetzt hier irgendwie Sachen kaufen oder so? Darf ich jetzt kaufen? Ah, okay. Kann ich da irgendwie die Blaupause kaufen? Was soll er hier bei diesem Kau... Blaupause. Blaupause. Schmechan City. Wenn ich jetzt nur dreite Sitzunganae drehe. Diese Nutzung-Stone. Alles klar, okay. Ich würde kein Spiel guardsifen, die hat mich auch erinnene. Ich kann nicht die B함en nehmen. Also ich kann überall fuckingECT drugs besalen. Ah, okay. Und jetzt geht's los hier. Jetzt kann ich mir andere Sachen mal bekommen. Das ist geil. Und hier muss ich das halt mit Leveln freischalten. Das ist gut. Außer was ist nichts? Nichts. Und... Okay, was ist das? Okay, was ist alles? Es bleibt alles so. Hä? Hä, was hat mich da jetzt geändert? Das muss ich jetzt mal eben erklären. Ich kann die Sachen kaufen. Und die Sachen ist Prämium, die will ich nicht kaufen. Kann ich hier irgendwie was kaufen? Nee. Also ich könnte mir doppelte Pistolen kaufen, aber 25.000. In diesen Punkten, wo es immer was ist. 25.000. 15.000. Das ist alles voll cool oder was. Ich dehne irgendwie aus, Russen. Starb. Geil. Die will ich haben. Die will ich haben. Das andere kann ich alles nicht benutzen. Schau. Okay, jetzt muss ich jetzt alles freischalten. Okay. Ausrüsten. Wie hier irgendwas, was ich für die normale Ingame-Werung erwerben kann. Sonst wäre das irgendwie sinnlos. Anscheinend nicht. Aussehen. Das ist Kalibor-Helpen. Äh, Steam-Boot haben. Und Regen-Boot haben. Toll. Spitzel. Ich finde die Dinger witzig. Ich würde sie gerne haben, aber... Das kostet alles so Geld. Und man nur... Hey, das ist ja witzig. Wenn der Stapel sich da durchbacken würde, wäre das voll geil. Okay, das ist geil gemacht. Weiß nicht, soll ich mir das holen? Ich guck erstmal... Ich guck erstmal ein bisschen rum. Das ist ein enges Bein ausgewählt. Ach, ist ja witzig. Gehiser Charakter jetzt so. Ah, ja. Beinplatte. Macht die jetzt überhaupt... Nein. Macht die jetzt überhaupt irgendwas? Kann ich die irgendwie freischalten? Nee. Okay, ich muss... Ich muss... Ich muss wieder Sachen kaufen. Toll. Also das ist soweit schön und gut, aber man muss ganz schön viel kaufen. Alles klar. Ups. Soll ich meinen... Excalibur-Design? Toll. Wie mache ich das jetzt? Ah, ja. Ach so, jetzt funktioniert das. Okay. Warum ich jetzt vorsichtig... Ich bin dumm. Nee, ich bin einfach dumm. Ah. Okay, naja, wie gut war es mir. Oder blau. Na, alles blau. Das ist ja ein blauer. Ja, das ist irgendwie einfach zu blau. Akzente Die Energie wird sowieso immer rot Das gefällt mir Ich kann den Primärfarben Vielleicht Ich würde die ganze Dunkel machen Schade Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht geht Ja, so Jetzt habe ich auch einen Charakter designt Wäre mir das vorher ausgefallen Hätte ich das auch schon vorher gemacht Egal Würde zwar Ich habe ja nicht mal eins Ah, ist ja witzig Jetzt kann ich hier so Ich will das Das nehme ich Ich finde dieses Siegel irgendwie witzig Kostet nicht eins Sonst kommt das Ding Ja, ich bin jetzt Wie sieht der Tenno Ach cool Und jetzt kann man das Design Ach, ist ja witzig Das Blau machen Jo Rotation Jetzt kann ganz normal Ach, ist das witzig So Alpha Ah, okay Also wie stark man ist Wie schlecht man ist So Nice Ich habe jetzt ein Siegel So Rückensiegel Kann ich da jetzt machen Das größte Ist mal Der Tenno Meister scheint Das sieht nur das aus Wenn ich das mal benutze Die sieht vielleicht ganz cool aus Primär Auch rot Äh, Alpha Wie blau Gibt es wenigstens Sinn Ich glaube ich würde es liegen hier oben Irgendwann Ich glaube ich würde es liegen hier oben Ja So Äh, bisschen Charakterdesign machen Hier Finde ich ganz witzig Was ist das? Lieben der Allianz Ist das denn? Egal Leute Was war das jetzt? Egal Gut Ähm Keinen Körper ausgewählt Kann ich alles nicht machen Scheiße war es Platzierung Ich würde gern so ein Komischen Ich würde das Ding hier gerne haben Ich finde das cool Kaum Ja, ich finde das lustig Und jetzt Warte Design ich jetzt das Ding Oder design ich jetzt mal Energie Ach cool Ich habe gesagt Energie immer rot Das heißt ich habe jetzt hier so einen komischen roten Schweif Nenne ich es mal Finde ich ganz witzig Jetzt hier Blau So Besser Ja Gefällt mir Finde ich lustig Also das Charakterdesign macht Spaß Jetzt hängt das hinten Sonnen Oh Witzig Bin ich hier nicht noch irgendwo Markt benutzt? Ja hier Markt Was ist das hier? Ach das sind Zusatzes Hoppla Ja Okay alles klar Also man kann sich hier auch Zusatz enthalten Alles kaufen Schön Schön Ja So Und so viel dazu Dann Denke ich mal Meditieren wir jetzt Was auch immer der Tun macht Und ja Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Ich fand es ganz amüsant Ich hoffe ihr auch Und ja Bis dahin Ciao 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 Ciao